Musik Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der World of Warcraft Legion Beta Wir müssen jetzt in den Hort von Neltarion springen Oder Neltarion Wie auch immer Nennen wir ihn doch einfach Todesschwinge Das sollte jeder von uns aussprechen können Oder sich merken können Und ja, wir reden mal mit dem Geisthandler Der hat nämlich jetzt eine neue Aufgabe für uns Erlebt drei Visionen Jetzt können wir noch die Bonusziele machen Die machen wir natürlich Bonusziele sehr wichtig Das ist auf jeden Fall die erste Vision Oder eine Ne, da vorne Da hatte ich was Falsches im Kopf Kommt schon Gut Ja, ihr könnt das ja alles selber lesen, sondern äh Brauch ich das nicht vorzulesen für euch, weil das Geht ja eh so schnell weg Kommt schon Aber es gibt nur zwei Prozent Das finde ich aber nicht nett Ich weiß da hinten, dass es da einen Skorpion gibt Und zwar den hier Der gibt relativ viel Und zwar gibt der Das sehen wir jetzt Einen Moment Ja Neun Prozent Ah, mein Auge stresst grad Ja Wie gesagt Ich bin ja grad Heilblind Wenn man sonst Irgendeine Entzündung im Ohr Äh, im Ohr Im Auge Aber das soll euch nicht stören Mich schon eher Aber euch nicht Alles klar Das ist ein Skorpion Dann reißen wir noch mit in die Hölle Ach, mein Zimmer ist wieder schön warm Finde ich gut beim Aufnehmen Gibt ja nichts Nervigeres Als Wärme Beim Aufnehmen Ach komm Ich brauch mich zu bezeugen Gut Das ist noch so ein König Mit einer Neun Prozent Ach, schön Wie lange nehme ich Okay Wollte nur grad gucken Wie lange ich aufnehme Noch nicht so lang Alles klar Bevor wir die Quest machen Würde ich mal sagen Beenden wir hier noch Die Nebenquest Oder die Bonusziele Ich weiß nicht Ob man die dann noch machen kann Wenn man die Quest hier fertig hat Ich glaub nämlich nicht Ich glaub das ging nicht Gibt auf jeden Fall viele Bonusziele Die in Quest gekoppelt sind In Liden Kann man nicht immer machen Wie bei den Neod Bonusziele Da gibt es zwar einige noch Aber nicht mehr so viele Kann ich mal zeigen glaube ich Ja hier Hier und die Ne das wird jetzt mir nur angezeigt Was ich grad am Machen bin Aber die hier Kann man glaube ich immer machen Ach ist ja bald geschafft Kommt schon Tötet den Königsruppen Königsruppen König Azur Da ist noch einer Von den Viechern Oh Zwei Prozent Hier ist grad ein Hortler Find ich nicht nett Die klaut mir meinen Job Aber die zwei Prozent Kriege ich von der Fledermaus Alles klar Dann danke ich Für die Quest Und Würde ich sagen Wir laufen weiter Zwei hier hin Da vorne ist noch ein Schatz Schnappen wir uns noch Können wir auch gleich machen Gucken wir uns das hier erstmal an Vielleicht müssen wir dann da eh hin Oh Vision von Todesschwingen Es hat nur seine Vision Ich weiß ja nicht wie sie uns töten kann So eine Vision aber Ich mein wir könnten ja sterben theoretisch Aber so ist das halt Obwohl wir haben ja Todesschwingen getötet Und haben wir den Titel Und habe ich mir hier geholt noch auf dem Server Mit dem äh Mit dem äh Was war das jetzt? Ach okay Was nehmen wir denn? Einen Ring am besten Ja den Ring nehmen wir Und tauschen wir dann gegen Das Signet Äh Von Sturmwind Würde ich mal frech behaupten Aber leider keine Aufwertung bekommen Finde ich schade Das ist keine Krieger Jetzt müssen wir noch da Das kann warten Obwohl Wollen wir uns die Kiste nachher Folgen wir dem Geist Wandler mal Ach schon wieder Aber der ist schon Tod Störb Obsidian Erobere Das ist deine Aufgabe heute Er ist doch eben Er ist ein Drache Ja Es gibt auch gute Schwarzdrachen Nicht nur den Prinzen Der uns da mal im MOP geholfen hat Sondern auch den hier Der uns jetzt in den Legion hilft Finde ich nett von ihm Und äh Jo Aber bevor wir uns hier verpissen Wollen wir uns noch den Schatz mit Dafür sind wir ja gekommen Letztendlich Also Nicht nur Aber Auch Gibt es schon ein bisschen mehr Hat der Fakt gemacht Und zwar 45 Reicht aber noch nicht ganz für ein Level ab Aber ich glaube wir müssen jetzt wieder raus Ja Dann wollen wir mal hier weg Kein Problem für uns Wir sind ja immerhin Äh Ja Was sind wir Gute Jäger ne Ich glaube das ist der Ausgang hier Ich hoffe es mal Wäre sonst ein bisschen schade Um die Zeit die wir verschwendet haben Und den Weg lang zu gehen Äh Jaja Ich weiß Ich mache meine Parts extra lang Oder ziehe das Let's Play in die Länge Mache ich doch gerne Leute Mache ich doch gerne Ähm Haben wir mal eine Nicht fertige Map wieder mal Ich würde behaupten Wir genießen die schöne Musik und laufen mal zu der hin Zumindest machen wir das noch in diesem Part Da muss ich noch was schönes nachgucken Tatsächlich mein Sturmartefakt Slot ist noch frei Ich glaube nicht dass wir hier lang müssen Aber Äh Und ich denke die hätten uns auch den Ja ich glaube wir sind falsch gelaufen in der Höhle Wir hätten nicht den normalen Eingang wählen müssen Oder sollen Und das ist trauriger als niemand Erkennt mich da locker hoch Gut Was machen wir denn jetzt Gucken wir mal ob wir einen anderen Weg kommen können Oder nehmen können Lass mich in Ruhe Du mich auch Scheiß Riesen Riesen kennt man ja schon seit Cataglysm Und wir haben eine Truhe übersehen da vorne Zumindest Ja Die wollen wir natürlich noch haben Ist ja klar Deswegen bin ich auch zurückgelaufen Wegen der Truhe Nochmal 10 Artefakt macht Und auch das reicht für ein Level ab Ich glaube wir hätten den anderen Weg gehen müssen Deswegen gehe ich hier nochmal lang Wie ob wir hätten auf der anderen Seite rauskommen sollen Tut mir leid Leute Tut mir leid Wie Oh Scheiße Ja Ja gut Na dann wird die Wird der Part ein bisschen länger Aber ich freu es sicherlich Weil ich so doof bin Und es nicht mal schaffe Da vernünftig runter zu springen Das ist jetzt Wie viel Mein zweiter Durch Fall Ich bin nur durchs Fallen gestorben Bis hier Das ist auch mal ne Möglichkeit Das habe ich extra gemacht Um das Let's play in die Länge zu ziehen Dafür mache ich den Part ja ein bisschen länger Oder Vielleicht auch ein bisschen mehr länger Äh ein bisschen mehr länger Was ist das denn für ein Deutsch Oh Mann Ach ja Ein Profi Ist mir verloren gegangen Zumindest was Was Fallen angeht Haben sich die Talente verändert Ja Haben sie Also ne Haben sie nicht Äh ja Weil aktuell Wenn die Talente Öfters mal ein bisschen umgebaut Oh Da habe ich hier ein Baby gepult Naja Wollte ja sterben Ist ja seine Sache Nicht wahr Also müsste es hier weitergehen Schöne Falle Kann ich hier aufmachen Tatsache Ui Hochbergspitze Die Frosthof wacht Ach pull doch nicht alles Dennis Das machst du nicht sehr gut Gibt bestimmt wieder ganz viele Facepalms Ich hätte gerne so ein Multi-Facepalm von euch So Dass es so schön richtig klatscht So Ja ja Bei wert Also ciao Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank.